Okay, da haben wir ja schon drauf eine Nummer gereinigt. Hm... Passt doch auch gut so viel für die Fibrierung, was wir dieses Jahr feiern. Natürlich, natürlich. Wir hätten Glück heute noch gerne, oder? Das tut aber jemand anderes, den wir sauber sehen, ne? Ich geh mal besser. Okay, wir machen mal ein Teleparty! K hijo nicht. Ich gehe mal an. Wir gehen jetzt mal aus. Wir hellen mit Warten, uns beim ampli nehmen oder wir stülen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020